Gioelina Dreefs, nur für Papa Jürgen, Hochzeit auf Probe Las Vegas, davon träumte Gioelina Dreefs schon immer, dass ihr Vater Jürgen Dreefs sie zum Altar führt. Dieser Traum ist, jedenfalls so halb, in Erfüllung gegangen. Gioelina Dreefs, ihr seid nun Partner fürs Leben. Seit Jahren ist es ihr größter Traum, und nun wurde er wahr. Gioelina Dreefs wurde von ihrem Vater Jürgen Dreefs vor den Traualtar geleitet. Ganz heimlich und spontan entschieden sich die 28-Jährige und ihr langjähriger Partner Adrian Louis, 29, dazu, sich in Las Vegas die ewige Liebe zu schwören. Selbst Papa Jürgen soll bis kurz vorher nicht geahnt haben, dass ein Besuch der berühmten Bliss Chapel in Amerika geplant war. Viele Paare sagten hier bereits ja. Der Schlagerstar war ganz gerührt, als er Gioelina ganz in Weiß gekleidet und mit einem Strauß roter Rosen in der Hand in dem ehrfürchtigen Gebäude erblickte. Kurz vorher säuselte sie noch. Ich kann mir mit Adrian alles vorstellen, ich möchte ihn heiraten und eine Familie gründen und ich könnte mir schon vorstellen, mit Adrian sowas hier durchzuziehen. Gesagt, getan. Innerhalb von Minuten war die Zeremonie vollzogen und ein Elvis-Imitator sprach zu dem Paar die verheißungsvollen Worte auf Englisch, Ihr seid nun Partner fürs Leben. Ihr dürft euch küssen. Freudestrahlend fielen sich beide in die Arme. Ein Moment des Burenglücks, insbesondere für Papa Jürgen. Zwar sollte Gioelina schnell auflösen, dass es sich bei der Zeremonie nur um einen symbolischen Akt handelte, dennoch war er für den gerührten Vater sehr bedeutsam. Denn durch seine Nervenkrankheit und den schwankenden Gesundheitszustand des Sängers, ist es ungewiss, wie lange er noch an der Seite seiner Tochter sein kann. Durch diese Hochzeit auf Probe wollte Gioelina ihm jetzt und ganz spontan ermöglichen, sie zum Altar zu führen. Ein rührender Liebesbeweis für den angeschlagenen Vater. Gioelina Dreefs, nur Mama Ramona fehlte leider. Jetzt hoffen natürlich alle auf eine richtige Hochzeit daheim in Deutschland. Ein Fest mit der ganzen Familie und Freunden soll es am liebsten werden. Zumal natürlich auch Jürgens Ehefrau Ramona, 50, an dem großen Tag dabei sein soll, denn sie war beim aktuellen Amerika-Urlaub nicht dabei. Dennoch genoss Jürgen Dreefs diesen trippenvollen Zügen, eine der emotionalsten Reisen, die ich je gemacht habe.